Ich bin hier, aber wo bist du? So schlimmer als bei Slender! Wo denkst du, dass du gehst? Ich treffe jemanden, aber das geht nicht mehr. Ich treffe jemanden, aber das geht nicht mehr. Ich bin hier. Die Frau ist mit mir. Ja, Herr. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich hoffe, er hat dich nicht verletzt. Ich bin Damien. Hi! Danke, Damien. Danke. Danke. Du hast mir meine libriere. Das war dir?! Ich bin hier nicht irre. Das war dir. Habt ihr meine Ruhe? Was warst du da? Nichts, Frau Meera. Ich will dir nur eine Note geben. Ich bin entschuldig, Meera. Aber du hast die Fehler gemacht, die falschen Menschen. Die Handmaiden sollte ihr Platz wissen. Welche Menschen? Ich werde das schnell helfen, wenn das hilft. Ich will dich zuzuhören. Was, 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 was? Ey, Alter. Ähm, Hilfe? Ich schlag mir die Waffe aus der Hand. Ich zeig, kratzt dir dein Gesicht. Geh! Kann ich mich einmal ins Bein stechen? Ich greife nicht. Oh, das war... Oh, das war... Warum hat er das gemacht? Was soll ich das wissen? Was machst du hier? Ich habe ihn kalt. Du hast was, Frau Meera. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Ich muss zurückkommen. Niemand wird mir sehen. Ich werde ihn. Ich weiß ein paar Plätze in Fleabold. Niemand wird ihn verletzt. Gute Glückwunsch. Und bemerkbar. Genau. Danke. Ist alles okay, Herr? Damien, wo bist du? Äh... Ich behalte das Ding erstmal. Ja, ein sehr trauriger Moment. Und es fängt an zu schnallen. Und es fängt an zu schnallen. Roderick! Es ist du. Ist es nicht? Ja, ich bin es. Ich bin hier, Ryan. Roderick. Sie sagten, du bist alle weg. Ich sterb nicht so schnell. Keine Angst, Kleiner. Nancy Snow hat das gemacht. Er hat das zu Ethan. Du wirst ihn verletzen, nicht wahr? Lord Whitehall sagt, du wirst nicht. Weil du bist ein Kerl. Was? Aber ich weiß, du wirst. Er verdient es. Er hat ihn. Was hat er sonst noch gesagt? Das ist genug. Ist ja gut. Ich werde mit meinem Bruder sprechen. Ich werde mit meinem Bruder sprechen. Du kommst nach Hause. Keine Angst. Du kommst nach Hause. Keine Angst. Roderick? Ich werde mit dem Bruder sprechen. Forst du? Ich werde mit dem Bruder sprechen. Du hast deine Chance. Er ist ein Kind. Welche Schade kann er tun? Ich werde einen Schaden machen. Ich werde einen Quicker. Mutter. Komm mit uns. Er ist genau da. Mein Sohn. Aber bald wird ihn von mir nehmen, wie vorher. Es passiert immer wieder. Ich kann es sehen. Mein Vater war damals mighty, aber seine Loyalität zu den Targaryens kostet uns sehr viel. Ich habe gesehen, als viele unserer Kinder fallen. Ich habe unsere Lande verletzt. Alles, was wir von unseren Händen verletzt. Ich kann es nicht sehen, dass das gleiche Leben bevor diese Familie. Unsere Haus. Meine Kinder. Die Familie ist stark, Mutter. Wir werden nicht fallen. Viele Menschen sind stark, und immer noch die Nacht nimmt sie. Sie müssen bereit sein, uns, Roderick. Ihr Körper wird verletzt, aber Ihr spirit muss wie iron sein. Ich verstehe. Ich hoffe, ich hoffe. wir müssen. Würdest du ein paar Worte sagen, mein Vater? Mein Vater. Er war alles. Er war alles. Alles, was ich immer wollte. Er hat mir gezeigt, was es ist, ein Herr zu sein. Er war gut. Er war immer kind. Ich wusste nie, der Mann. Und ich bin... Ich bin sorry. Ich liebe dich, Vater. Ich bewege jetzt. Ich bewege jetzt. Ich bewege jetzt. Mein kleiner Bruder. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Aber wenn seine Haus er braucht, er kamen zu der Aufgabe. Wie ein Herr. Ich bin nicht mehr stolz. Ich bin nicht mehr stolz. Ich bin nicht mehr. 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 Aber jetzt ist es Zeit, um zu sagen zu lieben. Vater und Vater sind zurückgekommen zu der Erde, zu der Eis. Und aus dem Herzen, neue Leben beginnt. Iron from Ice! Iron from Ice! Eyes, not Ice. Und jetzt den auch anzünden. Aber hübsches blaues Feuer. Aber jetzt sing! Aber jetzt sing! Und 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 jetzt sing! Ja, und damit kommen wir an das Ende von Episode 2. Und ich muss sagen, dass... Was ist passiert? Roger, du musst etwas machen. Lord Whitehill's Son hat gekommen. Aber ich muss sagen, das Lied hat mich echt tief berührt. Gris Whitehill links Detolmentos. Nichts worse, als ein Vortrag mit etwas zu tun. Es war schlecht genug, als es nur die Soldaten waren. Wir können nicht mit ihnen unter unserem Ruf leben. Forme auf und folge meine Lied. Du wirst eure Wäsche nehmen. Du auch, Tuttle. Zeit, zu beginnen, dass du ein Bruder bist. Oh, die Dinge, die wir für Familie tun haben. Ich wundere manchmal, ob es es wert ist, all die Sacrificen. Enjoy the wedding. Wie viel weiter zu Marine? A paar Tage. Wenn die Lost Legion nicht aufhören zu uns erst. No. Ich habe ein paar Menschen darüber gesprochen. Die Lannister Guard. Sie fragen sich die Leute. Was ist da etwas anderes, wirklich, zu beantworten? Was das? Die Lannister